Hallo meine Lieben, ja jetzt mache ich ein Video und zeige meine Romanbücher und Krimibücher und andere Bücher. Hier habe ich einmal Werden des Windes geschrieben von der Christine Feehan. Es geht darum, dass sie als kleines Kind in einen Ferienkamp gesteckt worden ist und dann entführt worden ist. Ja, und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich es noch nicht ausgelesen habe. Mehr kann ich auch nicht sagen. Dann habe ich hier das Sollene Ufer von Eni Lorenz, geschrieben von Eni Lorenz. Und natürlich habe ich mir auch noch nicht gelesen, komme ich auch nie dazu, weil ich einfach zu viel in der Arbeit zu tun habe. Und ja, dann habe ich die Feuerkämpferin von Lucia, Lucia, habe ich jetzt keine Ahnung, Lucia oder sowas wie sie heißt, keine Ahnung, wo ich meine Lucia. Und habe natürlich auch noch nicht gelesen. Ich sagte, ich komme nie dazu und er steht natürlich das Sommerfest vor der Tür bei uns in der Arbeit. Nächste Woche am 8. Juni mit dem Sommerfest und da möchte man jetzt echt sehr viel machen. Dann habe ich One Dollar Horse. Ein sehr, 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 sehr cooler Roman. Ich finde ihn einfach zu niedlich. Und sie möchte dieses Pferd erretten, weil es angeblich zu einem Schlachthof gehören sollte. Und ja, ich hoffe, dieses Buch wird nicht ganz traurig werden. Dann habe ich den Lavendelgarten von der Lucinda Rayleigh. Den habe ich schon ein bisschen gelesen, aber nicht ganz. Auch noch nicht ganz ausgelesen. Ungefähr so ein Stück habe ich schon gelesen. Und ich finde ihn einfach toll. Es geht um eine Emily de Marantiennes, die in einem kleinen Schloss aufgewachsen ist. Und sie hat auch einen Bruder namens Jacques Ayo. Das ist ein französischer Name, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Dann hat sie die Tante Sophia, die ihr das Leben zur Hölle macht. Und sie hat auch ein Geheimnis. Ja, gut. Dann habe ich Vario Cats. Dämmerung. Geschrieben von der Erin Hunter. Die Folge ist Dämmerung. Natürlich auch noch nicht gelesen. Ich sage dir, ich komme einfach nicht dazu, weil ich jetzt dazu viel in der Arbeit Stress habe. Und auch zu Hause auch viel Stress habe. Dann habe ich hier noch Triumph der Commodore. Ein Klassiker von Patrick O'Brien. Es geht darum, ein Schiffsunglück mit einer kleinen Mädel. Also mit einem kleinen Mädchen. Das Mädchen wird auf dem Schiff gefunden. Und dann habe ich noch Hundekuchen zum Frühstück. Von Elsa Watson. Ein Roman. Sie hat einfach Stress. Und ein Geschäft steht vor der Pleite. Und Jack Sicker ist völlig verzweifelt, dass dieses Geschäft zur Grunde geht. Okay. Das war es auch schon wieder mit meinen Büchersammlungen. Und wir sehen uns bald mit meinen neuen Selamund-Sammlungen. Hoffentlich dieses Wochenende noch. Und ja, wir sehen uns. Tschüss.